Der beatmete Patient kann das in den Atemwegen gebildete Sekret nicht aus der Lunge heraus befördern. Um eine Verschlechterung der Lungenfunktion zu vermeiden, wird das Sekret abgesaugt. Dieser Patient wird mit einem Piep von 7 mbar beatmet. Zum Absaugen wird er auf 5 mbar reduziert. Vor und nach dem Absaugen wird der Patient mit 100% Sauerstoff beatmet. Nach einer hygienischen Händedesinfektion werden Schutzhandschuhe angezogen. Der Katheter wird mit dem Absaugsystem verbunden. Ein steriler Handschuh wird über die Katheter führende Hand gezogen. Die Verpackung des Katheters wird entfernt. Die Hand mit dem sterilen Handschuh greift den Katheter, ohne ihn zu kontaminieren. Der Katheter wird bis zum Widerstand eingeführt und 1 cm zurückgezogen. Unter Rückzug des Katheters wird das Sekret abgesaugt. Der Katheter wird dabei um die Finger gewickelt. Nun sehen Sie noch einmal die wichtigsten Schritte. Sterilen Handschuh anziehen, System öffnen, Handhaltung beim Einführen, Katheter einführen, Katheter beim Rausziehen aufwickeln, Handschuh über den Katheter ziehen, System konnektieren, Befinden des Patienten kontrollieren. Das Absaugsystem kann mit einfachem Leitungswasser durchgespült werden. Der Piep wird wieder erhöht und die Beatmungsparameter werden kontrolliert. Der Pflegende überprüft das Befinden des Patienten. horrible MƎ MƯ MƯ 11 11 13 15 15 17 15 Untertitelung des ZDF, 2020